Parteien versprechen vieles. Besonders viel versprechen Parteien vor Wahlen. Wir sind anders. Wir sind parteifrei und wir sind unabhängig. Wir sind Frankfurt. Wir machen keine Versprechungen. Denn wir haben schon geliefert. Frankfurts neue Altstadt. Eine Initiative im Römer. Frankfurts Stolz. Frankfurts neuer Glanz. Und wir liefern weiter Unterstützung Bürgerentscheid Schauspielhaus, Bürgerpreise für Frankfurter Vereine und Initiativen und rote Markierungen für sichere Radwege. Wir haben schon viel geschafft, doch es gibt noch viel zu tun. Frankfurt muss den AWO-Sumpf trockenlegen. Keine unkontrollierte Ausgabe von Steuergeldern an Abzocker mehr. Die Bürger möchten Sicherheit zu jeder Zeit. Die Polizei braucht unsere Unterstützung. Als Frau möchte ich mich bei Dunkelheit nicht fürchten. Frankfurter brauchen Wohnungen statt Lehrerversprechungen. Kommunales Wohngeld kann vielen Mietern helfen. Gegen den Verkehrskollaps hilft nur intelligente Mobilität. Alle Verkehrsteilnehmer müssen sich rasch und sicher durch den Straßenverkehr bewegen können. Frankfurter wollen Frischluft. Der Klimawandel darf nicht ignoriert werden. Wir wollen keine Betonwüsten, sondern Bäume und Licht. Kultur ist kein Luxusgut. Kultur ist für alle da. Museen und Kinos, Kneipen und Restaurants, Zoo und Schauspiel. Corona zeigt uns, was fehlt. Frankfurt ist international und mitten in Deutschland. Daher fühlen wir uns hier wohl. Und deshalb haben wir uns integriert. Nicht gegeneinander, sondern miteinander. Die Stadtpolitik braucht mehr Bürgerbeteiligung, mehr Kompetenz, mehr Demokratie von unten. Und das nutzt alle. Es gibt also viel zu tun. Mit ihrer Stimme ist es möglich. Bei der Frankfurt-Wahl am 14. März. Lockdown für Parteien. Diesmal parteifrei. Unabhängig. Und kompetent. Nur in Frankfurt. Frankfurt. BFF. Die Bürger für Frankfurt. Wir sind nicht links, nicht rechts. Wir sind die bürgerliche Mitte. Frankfurt, aber richtig. Frankfurt, aber richtig. Frankfurt, aber richtig.